Direkt an der Strecke hinter uns, haben Sie vielleicht gesehen, ist noch Baustelle. Hier ist wirklich viel drumherum, deshalb sind die Strecken auch so, wie sie sind. Werden wir nachher nochmal drüber sprechen, Sven. Hier an dieser Stelle wurde zum Beispiel auch einiges gestürzt. Auch nochmal eine Frage, nimmt man so einen Sturz auch mit ins nächste Jahr? Dass man sagt, genau an dieser Stelle ist mir was passiert? Nicht nur ins nächste Jahr, auch in das nächste Rennen. Das ist halt immer so, man muss immer hellwach sein, auch vor jeder Kurve.